Hallo liebe Löwen, herzlich willkommen zu eurem liebes Taroskop für den Monat Februar. Du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond, dein Aszendent oder deine Venus im Sternzeichen Löwe ist. Und ein kurzer Disclaimer bevor wir beginnen, dies ist keine persönliche Legung. Nimm dir daher das heraus, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest gehen, okay? So, liebe Löwen, wir schauen mal, was in der Liebe vor sich geht im Februar. Für Löwe in der Liebe im Februar, was passiert? Wow, wir haben die Sonne, das sieht sehr, sehr gut aus. Für die Löwen in einer Beziehung, alles Eitel-Sonnenschein im wahrsten Sinne. Für Singles, ja, hier sind zwei Personen auf dieser Karte. Also möglicherweise habt ihr jemanden kennengelernt oder möglicherweise werdet ihr jetzt bald jemanden kennenlernen, der interessant ist, der charmant ist, ja, der quasi euch sehr ähnlich ist, ja, der für euch vielleicht spiegelt. Es könnte jemand sein, der auf der anderen Seite des Spektrums liegt sozusagen, also jemand, der beispielsweise ein Wassermann ist, ja. Denn Löwe, es könnte auch ein Löwe sein, also jemand, der wie ihr auch Löwe ist. Ihr werdet ja von der Sonne regiert, ja, das ist die Sonnenkarte. Also es kann ein anderer, weiterer Löwe sein oder vielleicht jemand, der quasi genau gegenpolig ist, ein Wassermann. Also wenn du Wassermann-Sonne bist, ja, könnte diese Person auch Wassermann-Sonne sein. Bist du Wassermann-Ascendent, äh, Entschuldige, bist du Löwe-Ascendent, ist diese Person vielleicht Wassermann-Ascendent, ja. Also so etwas könnte es sein hier, weil der spannend ist, ja, die Gegenpole, die haben immer, die Schwestern-Zeichen, die haben immer einen ähnlichen Auftrag, aber mit anderen Mitteln sozusagen, ja. Das ist dann auch spannend. Und wir haben die Königin der Kelche auf dem Kopf. Gab es hier vielleicht jemand, ein Wasserzeichen möglicherweise, oder jemand, ähm, der emotional manipulierend war oder ist. Dann haben wir die Hohepriesterin und den Stern. Also hier ist jemand, der, es könnte die gleiche Person sein, es könnte ein Fisch sein, ähm, der hier, ja, versucht, irgendwie zu intervenieren, muss es aber nicht, ja. Ja, es ist nur, ähm, wenn halt, zum Beispiel die Königin der Kelche dann plus eine Karte die Fische repräsentiert, dann denke ich natürlich auch daran, ja. Also möglicherweise kennst du besonders eine Fischefrau vielleicht, ja, die versucht zu intervenieren, äh, in deinem Liebesleben. Es kann eine Mutter sein, es kann eine Freundin sein, also eine Freundin, in Anführungsstrichen. Ähm, ansonsten, wenn es sich nicht um eine Person handelt, ähm, dann ist es so, dass hier im Monat Februar deine Selbstfürsorge nicht zu kurz kommen soll. Okay, ähm, also falls es sich um eine Person handelt und du hast schon ein Bauchgefühl, dann hab da Obacht, obwohl ich hier sehe, dass da nicht wirklich, ähm, dass sie diese Person nicht intervenieren kann. Ja, also hier, ähm, haben wir die Sternkarte, also das Glück kommt, ja, da kann niemand, ähm, reinpfuschen sozusagen. Aber es kann sein, dass hier jemand versucht, in dein Glück reinzufuschen. Okay, wie gesagt, wenn es eine Person ist, wenn es eine Energie ist, dann, ähm, betreibe auch Selbstfürsorge. Es sieht so aus, als würdest du, ähm, sehr viel arbeiten. Das kann halt sein, dass du dir Wissen aneignest, vielleicht arbeitest du sehr viel, um, ähm, im Job voranzukommen oder einfach nur für dich. Vielleicht arbeitest du auch an dir selbst, an deiner, ja, wie sagt man immer, Selbstoptimierung, ja. Vielleicht arbeitest du an, äh, deinem Körper, an deinem Geist, ja. Vielleicht bildest du dich weiter, weil du es einfach gerne machst und, ähm, all das führt eventuell zum Stern, ja. Also möglicherweise, ähm, achso, zur Selbstfürsorge, eben überarbeite dich nicht, ja. Aber dieser Weg, ja, den du hier gehst, indem du dich weiterbildest, indem du dich, ähm, ja, an dem du, vielleicht machst du auch was ganz anderes, vielleicht machst du Meditation, auch das gehört zur Hohepriesterin, ja. Und das fühlt dich näher an den Stern. Ähm, es kann sein, dass du vielleicht einen Kurs belegst, einen neuen Kurs mit Yoga, mit Meditation und dort, ähm, kannst du jemanden kennenlernen, der dich näher an das Ziel bringt, näher an dein Liebesziel, ja. Also, falls du Single bist, äh, kann hier jemand sein, der dir hier weiterhilft. Entweder eine Person, die dir gefällt oder jemand, mit dem du dich befreunden kannst und diese Person kennt dann wiederum jemanden, ja. Also, das ist auf jeden Fall hier ein Ziel, auf das du hinzuschreitest. Wie gesagt, ähm, wenn es deine Energie ist, aber dennoch bitte, ähm, mach manchmal Pian und nimm dir Zeit für dich selber. Also, arbeite nicht nur auf ein Ziel hin, sondern mach Pausen, ne. Es gibt ja diese eine wundervolle Karte, das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon, ja. Also, geh auch mal, ähm, in den Ruhemodus, in den Pausenmodus und gönn dir vielleicht mal einen Tee, einen schönen Tee, ein paar Minuten, Augen zu, durchatmen, strecken, ja. Ja, also egal, was dir gut tut in dem Moment, gönn dir das, okay. Das Ziel, ähm, bleibt bestehen, ja. Und es wird auch nicht nach hinten verschoben, im Gegenteil. Du kommst eher schneller ans Ziel. Und dieses Ziel heißt Stabilität. Wenn du in einer Beziehung bist, ähm, ist diese Beziehung auch sehr, sehr stabil. Und zwar auch relativ glücklich stabil, besonders im Moment. Man kann das natürlich nicht für Jahre im Voraus sagen, aber gerade im Februar. Ähm, da kommt eine sehr schöne Stabilität hier rein, okay. Gleichzeitig dieses etwas Ätherische, ne, der Stern ist zwar Glück und Liebe und so weiter, aber für mich ja auch immer etwas Ätherisches, etwas, das so groß und, ähm, ja, vielleicht weit entfernt erscheinen mag, ja. Und, ähm, das ist so eine schöne Mischung, ja, aus Stabilität, aus Münzen, die ja wirklich das Haptische sind und dann dem Stern. Also es ist eine schöne Mischung aus Romantik und auch Stabilität und, äh, Verlässlichkeit. Man will sich ja sicher fühlen in einer Beziehung, besonders wenn man eine Frau ist, ja. Ja, mit einem Mann zusammen ist, dann will man sich sicher fühlen. Das ist, glaube ich, das größte Aphrodisiakum, was es gibt, ne. Ja, wenn du Single bist, wie gesagt, ähm, du magst ein Ziel hier haben. Es läuft im Februar sehr, sehr gut. Gut, also, du kannst jemandem begegnen. Ähm, und interessanterweise habe ich ja eben gesagt, vielleicht ist es ein Wassermann. Wir haben hier also im Grunde zwei Personen, ne. Also wenn wir jetzt hier die großen Arcanas nehmen, obwohl, wir haben natürlich auch drei, ne. Es könnte ein Löwe sein, es könnte ein Fisch sein. Oder hier haben wir den Wassermann, ja. Also vielleicht begegnest du drei Personen im Februar, die hier interessant sein könnten. Und dein Ziel ist Stabilität. Ich denke, dass du das auch erreichen könntest. Aber steigere dich auch nicht zu sehr, ähm, in Dinge hinein. Lass sie auf dich zukommen, ja, mit der Königin der Kelche hier. Lass sie auf dich zukommen und versuche einfach, ähm, ja, offen zu bleiben für alles, was da kommt, okay. Schauen wir mal auf die Urakelkarten. Löwe in der Liebe im Februar. Wir haben Geduld. Ähm, der, ich weiß wieder nicht, ist es ein Luchs, ne. Ja, doch, das ist, glaube ich, ein Luchs jetzt. Ähm, und ich glaube, Holunder mag das sein. Blackthorn. Also Geduld. Geduld ist gefragt. Vielleicht ist das hier auch die fehlende Geduld, ne, die Königin der Kelche auf dem Kopf. Wenn sie aufrecht steht, ja, ist sie sehr geduldig. Eine der geduldigsten Königinnen überhaupt, ja, weil sie sehr, ähm, mit sich selber beschäftigt ist. Und sie wartet einfach gerne, weil sie weiß, etwas wird kommen. Denn, unweigerlich, ja, und in der Zwischenzeit kümmert sie sich um sich selbst und lässt es sich gut gehen. Was im Februar auch deine Ausgabe sein könnte. Und dann haben wir noch die Schnecke und Huckleberry. Und Trust in the Invisible. Also, auch wenn es nicht sichtbar ist, ja, auch, vor allen Dingen auch interessant, dass wir hier zwei so lila Beeren haben. Obwohl ich glaube, ähm, obwohl, ne, ist es, glaube ich, ja, Holunder. Also beide essbar. Vielleicht, ähm, hast du ein Hobby, was mit Essen zu tun hat, was dich in die Nähe führen könnte. Ähm, aber auf jeden Fall, selbst wenn du nicht direkt, ähm, die Ergebnisse siehst im Februar, ja, es kann sein, dass sich das hier noch ein bisschen vorbereitet. Im Februar. Dann vertraue darauf, dass was kommt. So wie ich es sagte, ne, die Königin der Kirche weiß 100%, dass etwas kommen wird, ja. Mit, ne, Abwarten und Tee trinken, kennt man. Und das ist eigentlich, ja, das perfekte Bild für die Königin der Kirche, ja. Sie kümmert sich um sich, sie lässt es sich gut gehen, weil sie weiß, das Leben wird mir das geben, was ich brauche. Ich muss nicht, ähm, in Sorge die ganze Zeit auf und ab laufen, weil ich weiß, dass es passieren wird. Ich weiß, dass es kommt, okay. Also kleine Aufgabe für Februar hier. Ja, vertraue, habe Geduld und es wird kommen. Also es wird so oder so kommen, aber Sorgen könntest tatsächlich nach hinten treiben, ja. Lass es dir lieber gut gehen. Tu Dinge, die du magst. Tu Dinge, die du gerne tust. Dann haben wir, drücke deine Liebe aus. Go ahead and make the romantic gesture. Also mache die romantische Geste. Wenn du jemanden kennenlernst, ja, dann zeig das dieser Person auch. Sei nicht schüchtern, denn es könnte ein Seelenpartner sein. Heim Soulmate. Ja, dies ist dein Seelenpartner. Also unter diesen drei Personen könnte ein Seelenpartner dabei sein. Wenn es sich hier nicht um Personen, sondern um Energien handelt, dann steuerst du aber sehr stark darauf hin, ja. Du bist in einer sehr heilenden, angenehmen Energie, gerade für Liebe, ja. Es läuft alles sehr, sehr gut. Du fühlst dich gut, bis auf die gelegentlichen Ungeduldsausbrüche hier. Von daher entspann dich einfach. Der Februar wird wie, ja, wie Butter läuft das, wie Öl läuft es die Kehle runter hier. Und mach dir keine Sorgen. Der Seelenpartner ist schon auf dem Weg zu dir, okay. Ich ziehe euch jetzt noch ein paar Liebesbotschaften. Da ist auch eine Seelenpartnerkarte drin. Vielleicht kommt die ja sogar für euch. Da würde ich, ja, das fände ich total witzig. Die Antwort lautet ja. Das war schon die erste Karte. Vielleicht hast du gerade was gesagt oder gedacht. Und da lautet die Antwort auf jeden Fall ja. Wirf all deine Bedenken über Bord. Lass dich in meine Arme sinken. Vielleicht hast du hier auch ein bisschen Bedenken bei einer Person. Aber wahrscheinlich ist das unbegründet. Dann haben wir Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Also wenn du in einer Beziehung bist, dann eher zum Positiven. Ja, mit den tollen Karten hier. Ansonsten wenn nicht. Vielleicht, ja, gehst du vom Status Single zum Status in einer Beziehung. Und zu guter Letzt haben wir Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht. Liebe ist der beste Heiler. Nochmal ein Hinweis. Lasst es euch gut gehen. Im Februar, liebe Löwen. Und natürlich würde es helfen, wenn ihr mir, dass es mir gut geht, ja, in meinem Geburtsmonat, würde es mir helfen, wenn du mir ein Däumchen nach oben gibst, einen lieben Kommentar dalässt. Gerne auch einfach nur ein Emoji. Denn jeder Kommentar hilft ein bisschen mit der Sichtbarkeit. Und vergiss nicht zu abonnieren und das Glöckchen anzuleuten, falls du das noch nicht getan hast. Falls du dich darüber hinaus dazu entschließt, mich zu unterstützen, mich und meinen Kanal, kannst du mir gerne ein Trinkgeld dalassen. Zum Beispiel über den Super-Thanks-Button des kleinen Herzens unter diesem Video. Ansonsten gibt es noch Paypal, Amazon und so weiter. Die Links und Infos sind in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sage danke, dass du da warst. Wünsche dir einen wundervollen Februar. Und den wirst du haben. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin.